Ich habe noch was über Hater und Fager gedreht und so weiter in den paar Minuten, die ich dann so wach war und nicht unterwegs war. Ja, das war dann so wirklich. Naja, was soll man machen? Es war schön. Gut. Dann wollen wir mal hier noch alles, weil ich weiß nicht, ob ich soweit hochkomme. Mit der Begradigung. Wir müssen ja hier einiges machen. Gut, ich könnte auch mit TNT umgehen, aber ich weiß nicht, wie viel ich da zerstören würde und wie viel ich da so... Obwohl, TNT wäre vielleicht eine Möglichkeit. Bei der Höhe... TNT wäre eine Möglichkeit. Und ein Feuerzeug. Dann schlafen wir erst mal nur runter. Oh, ich muss mich erst mal ein bisschen anders einsetzen. Wie juckt der Rücken? Boah. Ja, heute war es ziemlich heiß gewesen. Das war schön heute. So, jetzt wollen wir mal weitermachen hier. Das waren es schon... Achso. Also, wie heute könnte eigentlich jeder Tag sein. Ganz angenehm. Ich habe mich jetzt auch wieder auf einige Stellen beworben. Initiativ und hier bei StepStone und so weiter. Lass mich überraschen, was mich erwartet. Wenn der Kanal irgendwann erfolgreicher werden sollte, werde ich sowieso dann, ähm, mehr auf Teilzeit gehen. Ähm, wenn ich hiermit das Geld machen kann, dann später, irgendwann, dann werde ich die Zeit natürlich für meine Familien mehr nutzen. Und, ähm, mehr zu Hause arbeiten. Als woanders. Ähm, muss man abschätzen. Aber erst mal muss ich hier die Grundsicherung für die Familie sichern. So. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Okay. Ist ziemlich weit weg. Dürfte eigentlich nicht irgendwie beschädigt werden von den Gebäuden. Ich versuch's mal, wenn nicht... Ja. Schlimmer als so kann's ja nicht werden. Also bis hier hinten. Na. Okay. Und hier auch. Ach, hier haben wir ja schon. Was haben wir denn da? Äh, äh, neues Rezept. Ach, ein Ei. Okay. Da ist ein Hund gestorben. Gott, Leute. So. Dann machen wir mal hier. Mal gucken, wie das ganze Ding gleich in die Luft geht, ja. Schauen wir mal zu, ja. Ich hoffe, das wird beschädigt, dass wir nicht. Ach, shit. Hier hat's doch schon ein bisschen was wegehauen. Aber gut, den Zaun, den kann ich ja später wieder nacharbeiten. Ähm, aber schaut mal hier. Sag mal, kann es sein, dass die Wirkung des TNT stärker geworden ist? Ich hab das Gefühl, die Wirkung des TNT ist stärker geworden. Na gut, so kann ich wenigstens ein bisschen was einsammeln hier. Und wir können mal, ja, mal gesehen, wie stark die Wirkung eigentlich noch hier ist. Ob das jetzt die schnellere Variante ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat's mehr Booms gemacht. Mehr Rooms oder sonst was. Okay. Dann wollen wir mal. Ah, okay. Dann schauen wir mal hier. Ähm, hier. Genau. So. Dann brauchen wir nämlich nur noch eine Ebene aufstocken. Und, aber, wir müssen was machen. Na. Ihr wisst, warum wir die Monster machen. Ähm, ihr wisst, warum wir die Monster machen. Okay. Dann wollen wir mal. Wir haben ein Stück Gezauben verloren, aber das macht den Kohl nicht fett, weil den kann man ganz schnell wieder aufbauen. Okay, hier, mein Monitor will sich hier gleich ausschalten. Mal gucken. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Wann weiß ich nicht, das letzte Mal richtig was in Luftgejagde schon bei Jahren, ja. Gut. Dann wollen wir mal. Wir machen erstmal alles grün. Wie der Boden zum Schluss hat, kann ich füßig jetzt nicht. Aber erstmal grün. Alles erstmal gleich. Damit wir erstmal eine Grundebene haben. Dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie sieht überhaupt ein Bauernhof aus. Wie gesagt, das ist ja eine Schlimme. Wenn man vor Ort ist und für einen das selbstverständlich ist, dann weiß man gar nicht mehr, wie das Zeug überhaupt aussieht. Wir können mal hier einsammeln. Aber dass das bis dahin ging, wow. Nicht schlecht. Ich werde jetzt mal wirklich alles, was hier Stein ist, abmachen. Weil sonst ziehe ich hier gar nicht mehr durch und muss ständig hier neu empfangen. Das soll alles grün Anlage sein diesmal. So. Das ist ja auf jeden Fall keine Erde. Das wollte ich nur so machen hier. Da können wir gleich mal hier ordentlich machen. Ja, ich hätte auch eine glatte Welt nehmen können, aber warum? Da fehlen ja die Bäume. Ich möchte ein paar Bäume haben. Und es dauert länger, Bäume die anzupflanzen, auch wenn man hier mit Knochenmäher arbeiten kann. Aber auf die Menge ist es doof. Das ist ja auf jeden Fall.